Es geht um das Doppel. Wir sind die Urführung noch nicht ganz völlig geändert, aber die sieben Änderungen reicht vor. Und wir reichen die Urführung, die wir jetzt sind für die Doppel nach, aber sonst müssen wir nochmals unterrechnen. Zweiter Übenschüler E. Doppel, Wörting, Mayer, Julia und Werner Henrich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.